Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es darum gehen, wie ihr innerhalb von kürzester Zeit mit extrem wenig Aufwand 1000 Follower auf TikTok bekommt. Deswegen, Freunde, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr in dem Video einen Daumen nach oben gebt, die Glocke aktiviert und natürlich ein Abo auf dem Kanal da lasst, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drumherum und starten direkt rein mit dem Video. Und zwar, Freunde, brauchen wir dafür erstmal eine Person, die gerade überall in den sozialen Medien ist, gerade auf TikTok sehr präsent ist und das ist der liebe 24Tim mit seinem Song. Und ich glaube, es gibt keinen Song, der in Deutschland zurzeit so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie der Song von 24Tim. Er hat auf YouTube über 6 Millionen Aufrufe und ist damit sehr, sehr leichtes Futter für unsere Taktik. Und zwar wissen wir ja, dass der Song nicht unbedingt der Beste ist. Und da kam mir natürlich die Idee, das für mich zu nutzen. Das könnt ihr natürlich auch mit allen anderen YouTubern, Streamern, was auch immer machen, Leuten, die gerade relevant sind. Und zwar habe ich mir einfach das Musikvideo von 24Tim genommen, habe es natürlich in Hochformat gemacht. Das Ganze funktioniert super einfach über die App CapCut. Dort könnt ihr dann hier einfach einstellen, 9 zu 16. Dann habt ihr ein Hochformat, dann könnt ihr hier das Video noch etwas größer ziehen. Und dann habt ihr schon ein perfektes Format für TikTok geeignet. Jetzt müsst ihr einfach nur noch das Video exportieren. Und dann könnt ihr es bei TikTok hochladen. Um das Ganze noch perfekt zu machen, brauchen wir natürlich noch ein geiles Profilbild. Dort habe ich mich einfach für dieses hier entschieden. Das heißt einfach nur 24Tim mit so einem X drüber. Super einfach, hat zwei Minuten in Photoshop gebraucht. Kann aber auch jeder ganz einfach erstellen. Und Freunde, dann habe ich mein erstes Video gestern schon hochgeladen, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habe ich folgendes hochgeladen. Und Freunde, wie ihr seht, ein Tag später hat das Video 50.000 Aufrufe generiert. 10.000 24TimHater finden 0 von 10.000 Tag 0.1. Das könnt ihr mit jedem einzelnen Creator machen. Wir haben auf dem Video 3.029 Likes und 600 Kommentare. Der TikTok-Algorithmus funktioniert nämlich folgendermaßen. Dein Video wird anderen Leuten vorgeschlagen. Wenn TikTok merkt, yo, das finden Leute cool, da folgen Leute, die lassen einen Like da, lesen einen Kommentar da. Dann passt das Video in den Algorithmus von vielen anderen Nutzern und somit generiert es immer, immer mehr Aufrufe und somit immer mehr Aufmerksamkeit. Und somit kann man immer leichter richtig viele Follower machen. Das heißt, ihr müsst irgendwas herausfinden, wie viele Leute den Follow-Button, den Like-Button, den Kommentar-Button, irgendeinen Kommentar da lassen. Ihr müsst irgendein Video herausfinden und so ein Video ist dafür dann natürlich perfekt. Das heißt, wir haben jetzt mit einem Video über 50.000 Aufrufe generiert, was wirklich einen Aufwand von maximal 5 Minuten hatte. Wie ihr seht, wir haben es auch damit innerhalb von einem Tag geschafft, 3.500 Follower zu erreichen. Und somit können wir jetzt streamen, mit TikTok Geld verdienen. Wir können damit jetzt alles machen und wir können jetzt natürlich auch noch einen Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5 bringen. Immer mehr und somit immer mehr Follower generieren. Und das könnt ihr quasi mit jedem Creator machen. Das muss auch nicht sagen, 10.000 Fan, die vor Tim Hater finden, sondern 10.000 ungespielt Fans finden oder sowas. Sowas funktioniert meistens, weil viele Leute mögen den dann und dann macht ihr einfach irgendeinen Clip von dem Hintergrund mit einer chilligen Musik. Und dann schreibt ihr das da einfach hin und dann sollte es zu 100% funktionieren. Manchmal kann es ein bisschen länger dauern. Am besten funktioniert es natürlich, wenn ihr Leute nehmt, die gerade überall in jedem der Munde sind, die jeder am besten bei Tim. Es ist halt leider einfach so, dass der Song wirklich für das, was er angekündigt hat, nicht das war, was viele erwartet haben. Und somit war es sehr leicht gefundenes Fressen für mich und ich konnte innerhalb von kürzester Zeit extrem viele Follower generieren. Aber das sollte gar kein Problem sein. Wie gesagt, es war keinerlei Aufwand. Ihr müsst da einfach nur ein bisschen, ein bisschen nachdenken, was gut funktionieren könnte. Und dann, glaube ich, sollte es jeder von euch schaffen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen und Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Tipps haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, was wollt ihr wissen. Ich kann euch alles erzählen. Aber Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, haut rein und ciao. Ciao. Ciao.